Wenn man es anziehen kann, kann ich es flicken, nähen, ausbessern oder anderweitig wieder wie neu werden lassen. Habe schnelle, sichere Hände. Garn und Flicken sind im Preis enthalten. Aber wenn es mehr als einer Elle Stoff bedarf, müsst ihr den Stoff mitbringen. Zahlung in Eiern, Getreide oder Kartoffeln bevorzugt. Antonia. Töpfe und Keramik aus eigener Herstellung. Bietet Töpfe, Becher und Vasen, weil geformt und gebrannt von reinem Lehm aus Kleinweg. Ganz nach eurem Geschmack dekoriert oder schlicht. Aber alles so hübsch wie ein Milchmädchen und doppelt so robust Anselm. Kostenloser Hund. Gebe meinen Fido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht, ihn nicht zu essen. Lieber braver Hund, gehorcht dem, der ihn füttert. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten. Idealer Hütte, Hütehund auf der Weide. Schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen. Bin ich eigentlich unsichtbar? Ich mache mir eine Schleuser und wir aktieren damit. Das sollte ich eigentlich fragen. Ah, Hallöchen. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühner direkt dran. Ja. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Wahnsinn, dein Angebot ist erschlagend. So, was haben wir denn hier? Verwesenes Fleisch kannst du da behalten. Ich hätte gern Brot und Zwiebeln. Man kann sowas nie genug haben. Bis dann. Kehre zu Dolores zurück. Ja, das mache ich auch noch. So, wie viele Fragezeichen sind jetzt wieder dazu gekommen? Wieso frage ich eigentlich? Wieso? Ich wusste, dass das keine gute Idee war. Nein. Und irgendwo da ist auch noch dieser Waldschrat, ne? Och, nö. Habe ich ja gar keine Lust zu. Der Typ ist Level 20. Ich bin gerade mal Level 11. Leute, kommt mal klar. Moment. So, wie komme ich da hoch? Bitte, Waldschrat. Egal, was du tust. Komm nicht zu mir. Tja, ihr Wölfe. Jetzt kommt er nicht mehr an mich ran. Oh, ein Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Boah, ist das ne geile Aussicht hier. Ist das ne coole Aussicht hier oben. Glanz. Ähm. Inventar. Glanz. Ja gut. Es muss ja nicht unbedingt immer besser sein, als das, was wir haben. Aber, was man hat, das hat man. Na? Ich würde gerne das dann noch aufwerten. Zack. So, da haben wir jetzt in Gesprächen die maximale Axi-Stärke. Ja, das sollte eigentlich ganz gut sein. Ähm. Feuerstrom bewirkt ein Kontinuum von der einen einzelnen Gegner schaden kann. Ja, das will ich ja gar nicht. Ähm. Als nächstes mache ich dann Öle weiter. So. Weltkarte. Ich weiß, ich sollte es weiter mal führen, aber... Ich will hier gerade ein bisschen... Das tut uns ja gut. Ihr seht es ja. Wir kriegen Punkte und... Noch viele andere Sachen da draus. Also... Schaden tut es uns nicht. Es ist halt nur zeitaufwendig. Und irgendwann wiederholt es sich auch mit den ganzen Banditenlagern und hast du nicht gesehen. Aber... Das ist ne andere Sache. Okay. Monster-Lara. Habe ich gesagt, es wiederholt sich? Aber nicht doch. Level 7, ey. Okay. Wäre schön, wenn wir jetzt noch Mutagenen oder so kriegen würden. Ja, komm. Tja. Adieu. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viele Geisteressenzen. Servant. Boah. Ich nehme alles zurück, was wir gesagt... Was ich gesagt habe. Verdammt, bist du hässlich. Ja, das schönste ist er nicht. Oh. 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 Weg hier. Gott, was ist das? Ich sehe nichts. Oh Gott. Scheiße, falscher Knopf. Ist das ein Vampir? Ne, ernsthaft? Das ist ein Vampir. Das ist ein Vampir. Ich verdrück mich. Ich verdrück mich. Oh Gott. Ich habe das falsche Schwert draußen. Das Ding tut richtig weh. Was bist du? Kleines grünes Mut. Bitte. Was ist ein Ikima? Bestuarium. Nekrophagen. Ein Vampir? Oha. Vampiröl. Higni. Okay. Das war unerwartet. Hexergeorg. Als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Wählen. Leider wurde ich von den Präfekten von Gors Wählen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in meinem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffsbrüchigen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Hm. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturm sie Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe, 2 Klafter, Länge, 5 Klafter, Avendum, geschätztes Gewicht, rund 14 Quintal, ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne mit der Jagd. WTF ein. Grüner Drache. Auf jeden Fall hat er es sich hier gut gehen lassen, ne? Der gute alte Vampir. Hat er auch gut zu speisen wahrscheinlich. Eine Illusion. Tja. Ja, ich muss sagen, der hat hier gut gespeist. Hat aber auch eine gute Höhle gehabt. Drachentötergrotte. Ähm. Wohin gehen wir als nächstes. Ich wollte ja eigentlich das hier oben machen, ne? Und jetzt bin ich hier unten und lunger hier rum, ne? Ähm. Wir gehen mal zum Rückelanwesen. Porten uns zurück nach da hin und dann machen wir das da am Fluss. Ich hab gesagt, wir machen das am Fluss. Das mit diesem Buckelsumpf, das können wir später noch machen, wenn wir später sowieso hier nach Hansi suchen müssen. Ja, den Typen hab ich nicht vergessen. Da brennt was. Achso. Ja. Ist klar, dass es brennt, wenn da ein Haus ist. Also. Das heizt. Nicht, dass das Haus brennt. So. Ähm. Pass auf, jetzt kommt wieder dieser Waldschrat. Was will dieser Waldschrat überhaupt von mir? Was hab ich dem getan? Rückel. Dass die Oma hier in so einem großen Anwesen alleine leben will, ist schon erstaunlich. Mein Respekt. So. Die kann ich alles später noch machen. Äh. Da unten wollte ich hin. Höp. Ist sie in der Taverne? Muss ja. Da ist sie. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Ja, dort ist es jetzt sicher. Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Mit meinem Schatz? Nein. Nein. Vielleicht hat sie jemand gestohlen. Mag sein. Es sind so viele Jahre vergangen. Aber geh zurück zum Haus und such danach. Ich kann dir nichts anderes bieten. Das werde ich. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Ach. Ist doch egal. Schmarron. Wenn ich eine Bäuerin ficken will? Kaput ist es in mir schnappen. Ja, das sagst du aber nur einmal, mein Freund. Bei dem Knär... Äh, bei dem Kerl. Jetzt schwöre ich dir. Bei dem sagst du das nur einmal. Teufelsgrube. Ich hab jetzt sagt, wir machen jetzt hier diese Meerenge. Dann machen wir. Meerenge. Wie sind Fluss? Mann. Wie komm ich auf Meerenge? Weiß der Geier. Ich weiß es doch nicht. Und natürlich muss es regnen. Was auch sonst. Bopp. Sag nicht, hier sind wieder Wölfe. Och nö, auf Wölfe habe ich keine Lust. Es ist verschwindet. Lasst mich in Ruhe. Kein Interesse. Wieso muss es eigentlich immer regnen? Hier regnet es ja mehr als sonst wo. So. Oh. Ein ganzes Rudel wird ausgelöscht. Ihr macht mir keinen Schaden. Ja, da brauche ich nicht ausweichen. Bei sowas brauchen wir doch nicht ausweichen. Ja, ja. Ach, da ist noch was. Ich habe was vergessen. Das wollen wir ja nicht. Hier wird nichts verschwendet. Ja. Okay. Ja.